Hi, hier ist die Melli und heute möchte ich mit euch darüber reden, was sind Superfoods und sind die wirklich so trendy? Vorgestern habe ich kurz mal im Fernsehen reingeschaut und einen Bericht über Superfoods gesehen. Was sind Superfoods? Also Superfoods sind Nahrungsmittel mit einer extrem hohen Nährstoffdichte, die auch gleichzeitig für die Gesundheit sehr förderlich sind. Das wären zum Beispiel Kokosöl, Beeren, Blaubeeren, Goye-Beeren, Erdbeeren, dann auch wenn man Green Smoothie macht, da packt man ganz viele Sachen rein, die eine hohe Nährstoffdichte haben. Und wir sollen ja mit unserer Nahrung unseren Körper ernähren, wenn wir lang gesund und glücklich leben möchten. Warum glauben wir jetzt, dass Superfoods trendy sind? Also ich merke das auch in meinem eigenen Supermarkt. Vor drei Jahren musste ich Goye-Beeren und bestimmte Lebensmittel einfach online bestellen oder extra in einen Bio-Fachmarkt gehen, damit ich sie bekomme. Dementsprechend waren sie auch sehr teuer. Und jetzt kriege ich teilweise die Sachen bei meiner Edeka um die Ecke und bin immer mehr erstaunt, dass man da auch Quinoa findet und Goye-Beeren und Kokosöl, auch mehrere Marken zur Auswahl. Und daran merkt man, dass die Sachen trendy sind. Warum sind sie auch noch trendy? Und was bedeutet das? Weil die prominenten Superfoods jetzt auch mittlerweile für sich selbst entdeckt haben. Und ihr könnt es für euch auch ausnutzen, dass die Sachen jetzt modern sind in aller Munde oder wie gesagt trendy sind. Denn die Preise für diese Superfoods gehen zur Zeit einfach ein bisschen runter. Die Sachen, die wir vermehrt kaufen, da senkt sich der Preis. Und falls du irgendwie in einem Kaff wohnst oder in einem Dorf und du sagst, du kriegst keine Superfoods, durch die Globalisierung und durch das Internet und durch DHL und so weiter, bekommst du auch in deinem Wohnort die Sachen. Ich packe Links dazu unten in der Videobeschreibung. Das sind so meine Lieblings-Superfoods, wenn euch da was näher interessiert. Und wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche Videos sehen möchtest, denn ich haue zweimal pro Woche frische Videos raus, dann drücke einfach auf den roten Abo-Knopf und dann wirst du informiert, jedes Mal wenn ein neues Video von mir rausgeht. Aber heute möchte ich von euch wissen, welches Superfood habt ihr bereits ausprobiert? Habt ihr da eine Veränderung gemerkt oder gar nichts gemerkt? Schreibt mir das bitte unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Meinung. Ansonsten sehe ich euch im nächsten Video. Eure Melli. Ciao, ciao. Now back to my celebration party.